Hallo, heute geht es um eine ganz besondere Person, die eigentlich gar nicht mehr so in der Öffentlichkeit auftritt. Und zwar den Salafisten Pierre Vogel. Pierre Vogel ist so ehemaliger Boxer und kommt aus Mönchengladbach, wenn ich mich recht entsinne. Und ist damals 2014, 2015 immer mit riesigen Kundgebungen aufgetreten, auch immer wieder an welchen Ausrastern. Und in seinem Umfeld wirklich die übelsten Neo-Salafisten und nicht wenige sind dann auch nach Syrien. Und der gute Pierre hat jetzt eine Instagram-Seite. Und dort schimpft er, weil er weiß, dass ich aktuell sehr, sehr viele Besucher habe und nach meinem Namen gesucht wird, schimpft er auf mich. Also ein bisschen Klicks will er abgreifen und denkt, indem er gegen mich schießt, würden Leute sich mit ihm solidarisieren. Die ähnlich ticken wie er, ähnlich intolerant. Und dort schreibt er, Tobias Hoch gehört zu den Leuten, die am schlimmsten gegen mich gehetzt haben und verbreitet haben, dass ich zum IS gehören würde. Für seine Lügen hat er sich nie entschuldigt. Viele Muslime haben diesem Typen noch geglaubt. Ja, kluge Menschen glauben ja, das stimmt. Und dass der liebe Pierre keine Probleme mit dem IS hat, zumindest damals, das kann er nun wirklich nicht bestreiten. Dann blende ich doch jetzt einfach mal ein Bild ein. Da isst er mit Bilal Gümüş und da hält er eine Flasche hoch. Das ist irgend so ein Eistee. Und was steht drauf? ISIS. Was für eine Provokation. Während Jesiden versklavt werden und tausende Menschen abgeschlachtet werden im Namen seiner angeblichen Religion, hält er das hoch. Das ist unglaublich witzig. So sieht jedenfalls keine Distanzierung aus. Und viele würden jetzt sagen, okay, das ist eine Flasche, der wollte einen Scherz machen. Der ist halt so ein Scherzkeks. Ja, ähm, da gibt es aber noch andere Aufnahmen. So, das ist der Pierre. Pierre hat sich ein Pullover geholt. Und was ist auf diesem Pullover drauf? Hm, das ist so ein, das ist ein schwarzer Pullover und die Flagge kennt man doch. Moment mal, ich schaue mal ganz kurz beim Innenministerium. Ach, das ist ja ISIS. Das ist ja die ISIS-Flagge. Meine Güte. Wie könnte man denn da unterstellen, dass der liebe Pierre irgendwelche Sympathien für den IS hegt? Aber das war es auch immer noch nicht. Wir haben noch ein weiteres Foto. Da ist der Pierre ja nochmal. Und im Hintergrund hängt eine ISIS-Flagge. Ja, die ist verboten. Mittlerweile. Und jetzt sagt der Pierre auf seiner Instagram-Seite, dass ich gegen ihn gehetzt hätte im Zusammenhang mit dem IS. Ich habe nicht gehetzt. Ich habe halt das veröffentlicht, was der Pierre selbst online gestellt hat. Und ihm hat dann am Schluss dann der Kontext nicht mehr gepasst. Ich glaube, das war das kürzeste Video, was ich je gemacht habe, um jemanden so zurechtzuweisen, wie es sich gehört. Und wer heute noch Anhänger von Pierre Vogel ist, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Selbst sein guter Freund Sven Lau ist mittlerweile auf dem Weg der Tugend. Er hat jetzt einen ordentlichen Job, war lang genug im Knast und ist in einem Aussteigerprogramm. Das verdient Respekt und da gibt es auch keinen Grund, dass man jetzt nachträglich auf ihn einschlägt. Er hat Scheiße gebaut und er hat sie eingesehen und das ist gut so. Und ich weiß nicht, gleich hat der Pierre Vogel in seiner Boxerzeit doch den ein oder anderen Schlag zu viel abbekommen. In dem Sinne, schönen Tag noch. Lasst ein Like da, aktiviert die Glocke und abonniert den Kanal. Euer Tobias Hoch. Bis dann.